Neulich hat der Discounter, in dem ich hin und wieder einkaufe, seine Regale umgebaut. Man konnte nicht mehr längst durch den Laden gehen, sondern musste querlaufen. Ich brauchte doppelt so lange, um meine Einkäufe abzuarbeiten und musste permanent suchen und mich umorientieren. Als ich an der Kasse stand, war ich spät dran und schlecht gelaunt. Und ich hab nicht gedacht, hey super, du hast schon lange kein Suchspiel mehr gespielt. Sondern ich hab gedacht, warum in aller Welt konnten sie die Dinge nicht so lassen, wie sie waren?